Wer andere begeistern will, muss selbst begeistert sein. Und alle, die gerade zuschauen und die sich wie wir nicht damit abfinden wollen, mit den gesellschaftlichen Missständen, all die will ich einladen, sich uns anzuschließen. Man kann die Linke wählen, das sollte man auch unbedingt tun. Man kann aber auch Mitglied werden bei der Linken. Man kann online eintreten, ob an den Küsten oder im tiefsten Süden, ob Ost oder West, ob Stadt oder Land. Wir haben überall noch Plätze frei und wir freuen uns, wenn ihr dazu stoßt. Es lohnt sich, weil wir eine Welt zu gewinnen haben. Vielen Dank.